So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Assassin's Creed 3 Multiplayer-Modus-Mitarbeiter, ja? Patkal! Moin! So, ich nehme, ähm, die Map. Ich hab die letzte genommen. Ich hab die Hafen-Map genommen. Der wird jetzt ein spannendes 2 zu 2. Nee, ist die mittlere. Du hast ja die Mitte in Eis genommen, ja. Man kann sich nicht mehr umentscheiden, okay. Nee, kann man wahrscheinlich jetzt nicht. Jetzt fehlt uns einer. Jetzt fehlt's doch nicht. Och, und jetzt hier Windy auch noch. Der andere hat mir schon die Folge nicht mehr. 3 für Folgen bestimmt. Mensch. Alter, scheiße, wenn... ...ein Controller klemmt. Ja, das ist nicht gut. Naja, scheiß drauf. Ist sowieso nicht mehr der Beste. Ist auch schon ein paar Mal geflogen. Natürlich aus Versehen. Ähm. Los, warte auf einen Spieler. Kommt jetzt mal jemand? Ich guck mal, hab ich noch irgendwie Freunde? Ah ne, scheiße, hab ich ja gerne. Äh, he. Oh, danke. Sie haben doch noch Freunde. Ähm, ich nehme tatsächlich diesmal mal... ...Wer hatte ich denn noch gar nicht? Ich glaube, den hier. So, ich trinke mal einen Schluck. Die Sitzung beginnt gleich. Sehr schön. Ähm. Mann, Mann, Mann. Ja, aber du hast dich jetzt auch schon gut in das Spiel reingefunden, oder? Äh, na ja. Ah, schon. Na gut, das ist natürlich noch nicht so gut wie ich, aber... Ja. Ähm, erfahrtet ja auch niemand, dass jemand so gut wie ich ist. Ähm. Ja, ich spiel auch gelegentlich Assassin's Creed Unity, aber... Äh, nicht den Multiplayer-Modus, das ist halt nochmal was anderes. Ne, ne, Multiplayer hab ich da noch nicht gespielt. Das ist halt nochmal was anderes, das ist halt nochmal praktisch ein ganz anderes Spielprinzip. Das kann sein, wenn du der mit den Haaren... Ah, ne, du bist der wieder, oder? Von letzter Runde? Ne, ne. Oder bist du das, da? Hast du keine Haare? Ich habe... Ne, ich bin da mit dem Hut. Achso. Ach, doch, ja genau, du bist ja mit dem Blonden, ja. Dann war ich das. Ohne. Also, du hast auch schon, du bist schon Zweiter, siehste, bist mal vor mir. Gut, wird sich nicht lange halten, erwartet doch niemand von dir, aber... Ja. Ach, Mann. Siehste, war schon wieder getötet. Ja. Ich sehe das doch, wenn du von meinem Radar verschwindest. Ach, Mann. Aber, da hat es dich auch schon wieder erwischt, ja. Ich würde dir empfehlen, wegzurennen. Meine ich aber auch nur freundlich. Ja. Will dich ja zu nichts schwingen. Ich warne dich nur. Nicht. Aber jetzt finde ich dich auch schon wieder nicht. Ja, also... Das ist zum Beispiel ein bisschen doll auffällig gewesen, ja. Da bin ich auch ganz inkognito hier mal vorbeigeschlendert. Ja, und hab ja schnell mal meine 450 Punkte bekommen. Bin zwar nur Vierter, du Dritter tatsächlich, wow. Ja, ich hab ja auch grad, ich hab ja auch grad. Ich bin immer wieder begeistert, Juni. Hm. Hm. Ach, Mann. Hm. So. Okay, der Erste, okay, da kommen wir natürlich nicht mehr dran, wahrscheinlich. Ah, guten Tag. Wie jetzt so? Haha. Ah, ich ver... Gibt es nicht. Ich hab grad... Der Typ kann grad von vorne, ich konnte nicht wegreißen. Ja, das war ich. Nee, nee, von vorne. Ach so, ach so, okay. Ja. Ah, und da hab ich schon wieder. Ich hab die grad am laufenden Bande hier. Und die steht hier gerade nur, die bewegt sich nicht. Ich glaube, die ist grad ein bisschen Brain-AfK. Hm. Da hab ich auch gleich mal wieder einen Inkognito-Kill. Bin damit auch ganz schnell mal Zweiter. Seht hier fix, das kannst du dir nicht vorstellen. 50 Punkte fehlen mir mit der Erste. Ich bin aber auch gut, muss ich zugeben, ja. Kannst ja nicht verschweigen. Ähm. Ah, doch, kannst du auswählen, die Logen. Ähm. So. Haben wir gleich mal einen Nächsten. Los, den kriegt doch auch Inkognito, oder? Los. Das gibt's doch nicht. Los, gib mir den jetzt. Alter, ich muss grad die Tast hier spammen. Und Inkognito, nice. Und dann bin ich auch der Erste. So läuft's. Auch nur 50 Punkte. Oben ist er mir knapp, ja. Und dann kommst du halt. Ja. Ach, Mann. Ah, haben wir den hier noch. Und das ist ja doch du, oder? Aber ich glaub, ich glaub, äh... Ach, nee, du musst mich auch nicht machen. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ah, du musstest die machen, ne? Heu mal, dass du nicht als nächstes mich bekommst. Offenbar mal. Ja, aber ich hab ja auch schon wieder den Nächsten. Ah, da... Läuft er ja... Wie am Schnürscher. Ah, bin auch ordentlich Erster. Wird ne schöne Folge heute. Das merk ich jetzt schon. So. Ich glaub, da bin ich aber grad an mein Ziel vorbeigerannt. Okay, da war ich auch gemacht. Natürlich peinlich gewesen. Ah, die ist sogar Zweiter. Also, beziehungsweise der. Ist ja nicht nur, weil es ein Frauenskin ist. Äh, die. Ah. Pascal nimmt ja auch gelegentlich mal ein Frauenskin. Hm. Wobei, ist da? Na gut, das ist... Das... Da kann man diskutieren. Ähm. Ach, Mann. Scheiße. Hm. Hat irgendjemand... Ne, hat nicht. Hab grad ein bisschen Schiss. Ist du vielleicht hier? Hm? Musst du mich gerade? Musst du mich... Ich hab doch vorher gedrückt. Das gibt's doch nicht. Mann. Ach so, also du musstest mich. Du musstest mich mal... Ja, ich musste dich... Aha, also wenn ich schnell genug drücke, dann kann ich dich betäuben. Das ist natürlich interessant. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Hab ich auch Spaß. Aber man muss ja wirklich schnell genug drücken, ja? Ja, man muss es auch wissen vorher. Ja, man muss wissen. Man muss es eher ahnen, ja? Ja. Seh, ich hab schon wieder einen. Und wenn ich Pech hab, ist natürlich schon wieder du das. Ah, aber... Ich laufe mir ganz unuffällig weiter. Als wäre nichts passiert. Ah, du vielleicht? Naja, doch nicht. Na, ich renne lieber eine Kurve um dich rum. Oh, ist doch besser so. Ähm. Das kann doch nicht sein. Ich seh mein Opfer nicht. Hab's das denn? Bin grad inkognito? Mit meinem Opfer. Ich seh's aber nicht. Sag mal, bin ich denn blind? Wo ist es denn? Da vorne. Lass mich. Sehr schön. Ist zwar nur wenig Punkte, aber scheiß drauf. Gut, ihr seid natürlich viele Verfolger, ja. Ah, zum Beispiel dich, aber... Gut, da hab ich dich wirklich zu spät gemacht. Ja, Gott sei Dank. Scheiß drauf, guck dir mal meinen Vorsprung an, ja. Und guck dir mal deinen an. Scheiß. Beziehungsweise guck dir den an, den nächste Nachtjahr hat. Ach, das ist halt jetzt nicht so mein Spiel. Aber macht auf jeden Fall Fun. Kommt mir, das kommt mit der Zeit, das kommt mit der Zeit. Natürlich kommt es mit der Zeit. Guck mal, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin in Overwatch auch, also gelegentlich Level 50. Ich bin auch in Overwatch nicht gut, aber, aber, ähm, macht halt Spaß, ja. Und ich, ich werde ja auch besser, also. Ne, nicht viel, aber ein bisschen. Siehst du, bist du ein Dritter? Ja, okay, dann dreh dich, dreh dich mal um, dreh dich mal um. Ja, ich weiß, da bist du, aber. Also du bleibst mir echt nur angestupst, damit du mich umrennen kannst. Was bist denn du für ein frecher Bub? Ah, verdammt. Ah, mich holt keiner mehr. Na, bin ich auch zufrieden mit. 4000, der nächste 2800, also. Ah, scheiße. Ach, na klar. Musste natürlich passieren. Hm. Na, jetzt wird's aber knapp wiederum. 700, die, die kriegt man schnell. Gut, jetzt soll ich natürlich sie machen. Ach, verdammt. Ah, jetzt hab ich doch gesehen, wie du da gemacht wurdest. Also, aus Mitleid knall ich den jetzt eine. Ne, doch nicht. Rennen die Brüder. Ja. Ich hab derzeit keine Verfolger, siehste. Ist doch gut zu wissen. Ja, meine Freundin. Wooby-Grabber. Sehr schön. 4-4-5-0. Ah, Mann. Dann kann ich da tatsächlich noch, ähm, ordentlich was rausbekommen, ja. Ich denke, das wird ne hohe Runde. 4455. Ah, ja. Ist schon mal keine schlechte Runde, ja. Also. Joa, das ist es nicht. Nein. Mann. Ich glaube, ich muss einfach, wenn ich dran bin, auf dich zusprinten und deine knallen. Macht dir das Spaß, ja? Macht dir das Spaß? Das macht mir Spaß tatsächlich. Ähm. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Ähm. Ähm. Äh. Ich hab meinen aber tatsächlich jetzt. Los, scheiß drauf. Alter, ich werd grad von drei Leuten verfolgt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, 4100, meine ich. Jetzt killt der dich. Das gibt's doch nicht. Haha. Ähm. Ja. Ja. 500. Äh, 5000. Also, das ist ne gute Runde. Mal gucken, vielleicht krieg ich noch die 10.000. Und. Ah. Hier. Los, gib mir noch das Inkognito. Und. Zack. Hm. 5450. Alter. Los, gib mir noch einen. Such mir noch einen aus. Schnell. Hopp. Nochmal die Frau. Gut. Jetzt renn ich nur um die Map und such die. Ach, verdammt. 6100. Ja? Ich möchte ja nix sagen, aber. Ah, geil. Ja, aber 2400 ist, glaub ich, auch mein Rekord, so, ne? Also. Sag lieber nix. Ja, ich sag lieber nix. Alter. Geil. 6100. Weiß nicht, wie viel hat der 2.000? 3400. Aber was ist das Doppelte? Ja, du hast schon ordentlich rasiert, ja? Ja, ich hab'n enorm. War schon ne gute Runde. Ja, ich weiß auch nicht, wie machst du das? Du schleifst dich immer so an, ja? Ne, ähm. Inkognito. Ne, ich verfolge die einfach so lang, bis der Balken voll ist, damit ich die höchstmögliche Punktzahl bekomme. Natürlich geht's nicht. Ja, aber rennen die nicht weg? Nö, die rennen nicht weg. Ich tu doch so, als wäre ich ein ganz normaler Zivilist. Ich, ähm. Man rennt ja nicht durchgehend. Also ich zumindest. Ich renne ganz selten nur. Ja, krass. So, ich würd sagen, wir nehmen diesmal die Map los. Ähm. Wir nehmen doch mal den Animus-Kern, oder? Dacht ich. Ja, würd ich auch machen. Siehst du, fast Level 13. Dass nochmal so ne geile Runde wird. Kannst du einfach mal meine Videos gucken, ja? Und dann siehst du, wie ich das mache. Ja, mach ich. Das ist, äh. Vielleicht kannst du ja sogar wirklich noch was von mir abgucken. Ja, hoffe ich doch mal. Ja, aber gut. Von mir kann halt jeder was abgucken. Vor allem die Frauen. Ja, so im oberen Brustbereich. Ach, Mann. Also, wen nehme ich denn diesmal? Wen hatte ich denn hier noch ja nicht? Vielleicht noch mal jemand mit einer Schusswaffe. Vor allem, ich konnte doch irgendwie mal schießen, oder? Wer hat denn Schusswaffen? Ich glaub, ich glaub wirklich nur dieser eine Soldat. Und der kann, aber der hält dir dann... Aber der kann nicht schießen. Ich glaub doch, der hält dir an den Rücken und schießt einfach nur. Ich glaub, das ist sein Nutzen mit der Schusswaffe. Achso, okay. Ich nehm jetzt mal ihn hier. So. Oh, es wird ne relativ volle Runde, Rücken. Ja. Sechs Leute. Aber hatten wir eben der, glaub ich, auch. Mal gucken, ne? Wir gehen mal High Level, ja. Kommt halt vor, wenn man so gut ist. Ja, aber guck mal, ich bin auch, ja? Ja, du bist, äh, du bist ja Level 8. Du bist ja der Zweite wahrscheinlich, oder? So. Oh, du bist der Zweite. Aber ein Verfolger. Scheiße. Alter, bei der mir flackert's wieder wie Sau. Ja. Stufe 13 erreicht. Nice. Das gibt's doch nicht. Manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal, einfach mal so zu killen, wenn du mittendrin stehst. Siehst du hier? Mal schnell den hier betäubt. Und schnell den hier gekillt. Siehst du? 1150 Punkte, siehst du? Es geht ganz fix. Obwohl ich nur aus Versehen die Taste gedrückt habe. Ähm. Ja, manchmal, manchmal muss man auch einfach nur Glück haben. Okay. Der hier, den hab ich, hä? Ach, hier, hinter mir ist er. Inkognito und zack. Das gibt's doch nicht. Hab einen neuen Verfolger. Scheiß drauf. Siehst du? Das gibt's doch nicht. Ja, doch, gibt's halt. Du musst halt richtig machen. Ah, der killt dich jetzt aber richtig, ey. Ja, der hat mich gekillt, aber scheiß drauf. Bin halt erster mit, ja, 1200 Vorsprung. Ne? Ich wollte schon drei Kids machen, die haben mich immer betäubt davor. Ah, das... Ist ja krass. Siehst du, wir sind halt nicht die einzigen, die dazulernen, ja? Ne? Das ist halt beim Multiplayer-Spiel. Die wenigsten sind von Anfang an gut. Die wenigsten sind so gut wie ich fallen, ja. Das ist auch wichtig. Ähm. Oder zum Beispiel hier. Müsste gleich der Hut-Typ um die Ecke kommen. Also hoffe ich doch. Och, scheiße. Siehst du, tötest aber erst du mich. Natürlich, klar. So. Da lohnt es sich doch wirklich mal zu einer Frau Hure zu sagen. Höh. So. Aber scheiß drauf. Ich weiß grad gar nicht so unknapp, ja? Hab auch zwei Verfolger. Der eine ist da vorne, siehst du? Der eine... Der eine... Der eine bist also du. Ah? Also leck mich. Ähm. Und der killt mich jetzt. Ach, Mann. Naja. Wissen, wenn man's kann, dann kann man auch so kommentieren, weißt du? Das ist ja das Lustige. Macht's jetzt richtig Spaß. Ja, ja. Hä? Alter. Mir fängt jetzt das Let's Play an richtig Spaß zu machen. Also. Leute. Macht euch fast auf mindestens 570 Folgen. Ja, gut. Einmal hat er Glück. Ich hab übrigens sein Unterhöschen gesehen. Na, na. Na, na. Nicht auf YouTube. Da guckt man aber nicht hin. Ach, Mann. Und ich hab immer noch den Zylinder-Typ. Ich glaub, den hab ich diesmal auf dem Kicker in der Runde. Ich seh den immer nicht. Ach, da ist er doch. Ja, gut. Hab auch nicht ganz... 950, siehste? Als lautlos fahr, sehr variabel, 950 Punkte. Siehste? Das läuft doch anscheinend manchmal ganz gut. Ach, übrigens, betäuben kannst du in denen, wenn... Wenn ein Feind auf dich zukommt, dann erscheint über denen die Taste, die du drücken sollst. Meistens, außer jetzt. Und, ähm, beziehungsweise bei mir ist es halt LT, wenn ich das drücke... Du hast jetzt einen lockeren Hals. Wenn ich das drücke und dann, ähm... Und dann meinen Angriffstaste drücke, dann kann ich ihn betäuben. Ah, okay. Ja, aber auch vielleicht ein bisschen umständlich erklärt, aber so geht's halt. So. Muss ja ich wirklich mal spielen oder starten. Center Class is coming to town. Tudu, lautlos, ram, pam, pam. Ähm. Los, ich will... Wen darf ich jetzt? Wen darf ich jetzt? Los, gib mir einen. Ein neuer Spieler in der Spielsitzung beigetreten. Ein neuer Spieler ist beigetreten. Wie süß. Och, wie süß. Da probierst du mich schon wieder zu machen. Denkst du, du könntest was? Ich hab nur dich. Ich hab noch keinen anderen. Ja, passiert halt. Los, inkognito. Mann. Och, scheiße. Genau in dem Moment natürlich. Na, du Kleine. Ähm. Ich merke das schon, wenn du was von mir willst, ja. Hä? Wie süß. Da stoße ich dich auch gerne mal von hinten ein bisschen. Wie süß. Den hier auch mal schnell. K.O. hier hauen. Ach. Ah, sehr schön. Schön variabel. Da gibt's doch bestimmt mal wieder ein paar tausend für. Gut, 300 auch gut. Nach der Hälfte hat er halt schon 4.050. Was soll das hier noch werden? Oh, der zweite 1.900. Ach so. Ach du auch 350, ja. Der nach dir hat er 0. Sind die, die neu beigetreten sind? Ich hab dich doch 3- oder 4-mal gekillt, ne? Ich glaub 2-mal. 3-mal höchstens. Die Reste hab ich dich betäubt. Näh, näh, näh. Doch, ich glaub 3-mal. 3-mal hat hin. Ich hab grad mehrere Verfolger. Ich nutze jetzt 2. Jetzt noch 1 und ich denke, das bist du, oder? Näh, näh. Näh, näh, gut war der. Ist jetzt erst bei mir auch noch. Hab grad, hab grad ne Dörrefase. Mh. Aber wird ja, wird ja, wird ja, ich war da gern. Soll ich mir den Zylindertyp machen? Ganz zufällig. Sehr schön. Alter, Massaker war hier gerade. 4 Stück irgendwie auf einem Platz getötet. Gross. Alter, 300... Na, hab ich aber echt nicht viel Punkte für bekommen. Also direkt danach gestorben. Muss ja mal spielen, ne? Das flackert halt echt wie Sau. Ach man, näh, ich dein Ernst, oder? Der hat mich auch die ganze Zeit... Hier, bist schon 5. Holst du auf? Hm. Der letzte, der... Also der mit 500 Punkten, der muss mich die ganze Zeit machen. Ach man. Scheiße. Fuck. Hat er den noch vorhin die ganze Zeit? Alter, leck mich. Hahaha. Das ist ja lustig anzusehen. Siehste? Bei mir hängt es gerade auch ein bisschen. Schon wieder einen Auftrag verloren. Bin auch nur noch Erster, ja? Das ist natürlich ganz krass. Ja, macht ja nichts bei deinen 4300 Punkten. Das ist ja jetzt schlimm, ne? Also... Hier kommt gerade einer auf mich zu. Der wird mich gleich töten. Weil ich ihn einfach nicht schnell genug... Erkannt habe. Aber egal. Hey, ich kriege einfach schon seit einer Minute irgendwie keinen Auftrag mehr. Und jetzt... Und jetzt nur einen Behindertenauftrag, weißt du? Ich habe mich noch nicht mehr im Sichtfeld. Doch, da oben. Alter, das war ein variabler Tod. Sehr schön. Oh, nur 250. Wollte nicht gerade den Kognito. Los. Los, K.O. schlagen. Was? Irgendeiner hat mich gerade abgeschossen. Ja, der Charakter, der mich abgeschossen hat, den gibt es doch ja auch nicht. Oh, los. Den einen killt hier. Gib mir den doch noch. Da. Ach. Och, Mann. Gut, ich bin Erster. Wer bist du jetzt? Du bist, äh... Nicht, wer bist du, sondern was bist du? Sechster. Na gut. Ist doch ganz in Ordnung für dich. Mh, mh, mh. Ach, nee. Entschuldigung, Entschuldigung. Mh. Nice. Wollte ich mal sagen, war eine schöne Runde. Bin zweimal Erster geboren. Gut, für dich kann ich jetzt nicht drüber reden. Aber, ähm, jo. Einmal schon mal gucken, wie viele Punkte er hat. Ah, guck mal. Der Dachläufer. Ich kann jetzt mal ein bisschen ein paar Runden mit dir spielen und dir ein bisschen was beibringen. Außerhalb der Aufnahme. Ja. So, dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und, jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Jo, tschüssi.